Vor einem Jahr hat Kevin Leibezeder das Restaurant übernommen. Er ist Pächter des Traditionswirtshauses Das Landhof, ein Vierkanthof im Industriegebiet von Linz. Heute bekommt er Unterstützung von Haubenkoch Sascha Wurdinger. Die beiden sind schon gemeinsam in der Küche gestanden. Ich war sein Sous-Chef und mir hat das immer getaugt, was er gemacht hat mit seinen asiatischen Einflüssen. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir es. Der Menüabend startet im Gastgarten mit dem dazu passenden Aperitif. Prosecco mit ein bisschen Jussu-Saft drinnen. Jussu ist eine japanische Zitrusfrucht. Das hat ein bisschen eine Bitternote drinnen, darum ist das perfekt zum Starten und für das Menü ein guter Einstieg. Währenddessen ist in der Küche voller Betrieb. Die ersten Teller für die Vorspeise werden vorbereitet. Wichtigstes Werkzeug, die Pinzette. Die Gerichte zeigen die Vielfalt von Haubenkoch Sascha Wurdinger. Er holte sich auf der ganzen Welt Inspiration. Mallorca, Sommer, Strand, Party in jungen Jahren und dann Portugal halt bei Dieter Gashina war super. Dann runter von der Insel nach Salzburg war jetzt nicht so mein Ding, aber ich habe dann meine Frau kennengelernt und deswegen bin ich jetzt halt hier. Von London, Paris, New York, Tokio wurde es dann halt Lenz. Sascha Wurdinger kochte insgesamt 15 Hauben, zuletzt im Casino Linz, in der Schlossbrasserie und im Herberstein und heute mit Kevin Leibezeder gemeinsam sechs Gänge. Wir kochen quer über die Kontinente Asien. Also ich koche chinesisch, ohne dass ich einen Wok mache. Ich mache japanisch, ohne dass ich jetzt der klassische Sushi mache und lasse mich einfach von den asiatischen Lebensmitteln so ein bisschen inspirieren. Hiramasa Kingfisch mit rotem Zwiebel und Reis. Rohmarinierter Lachs mit Passionsfrucht und Rettig auf dem Speiseplan. Wichtig ist für mich, dass es für die Gäste passt. Die Personenanzahl, ja natürlich, man kann nicht mehr als 50 Leute sozusagen aufnehmen bei der Qualität, was wir machen wollen. Und ja, ich hoffe, also ich denke, dass wir das öfters machen werden. Jetzt schauen wir mal, wie das ankommt und genau. Alles aufgegessen, die Köche zufrieden. Ein Menüabend, der bestimmt auch nächstes Mal wieder volles Haus bedeutet. Ja, ja. Ja, ja.